Welche Skillmoves in FC25 sind eigentlich besonders effektiv? Wenn uns darauf jemand eine Antwort geben kann, dann wohl die Pros von der Virtual Bundesliga. Der Übersteiger ist ein äußerst effektiver Trick, wenn du in engen Situationen den Gegner überlisten und mehr Tempo aufnehmen möchtest. Dieser Skillmoves ist besonders nützlich, wenn du im letzten Drittel des Feldes bist und versuchst an einem Verteidiger vorbeizukommen. Wann solltest du den Übersteiger einsetzen? Besonders dann, wenn du frontal auf einen Verteidiger zuläufst und schnell die Richtung ändern musst, um an ihm vorbeizukommen. Der Trick ist einfach, aber sehr wirkungsvoll, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen und gleichzeitig dein Tempo zu steigern. Um den Übersteiger auszuführen, bewegst du den rechten Stick in Laufrichtung und dann schnell 90 Grad nach rechts oder links. Nachdem du diesen Schritt gemacht hast, drücke die Sprint-Taste und lenke mit dem linken Stick in die gewünschte Richtung. Der schnelle Sprint hilft dir, den Übersteiger mit einer Geschwindigkeitssteigerung zu kombinieren, sodass du an deinem Gegner vorbeiziehst. Das maximale Tempo holst du dabei raus, indem du geradeaus weiterläufst.